Seit Anbeginn der Zeit werden heldenhafte Krieger vom unbändigen Willen getrieben, an der Spitze zu stehen. Jeden ihrer Atemzüge widmen sie diesem einen Moment, fest entschlossen, ihre Überlegenheit ein für allemal zu beweisen. Diese furchtlosen Kämpfer wagen es, gegen die großen Meister anzutreten. Denn nur so würden sie für immer in die Geschichte eingehen. Die jubelnden Massen lassen die Arena erbeben, als im Schirme des sagenumwobenen Zeichens der neue Sieger gekürt wird. Manch eine Legende rankt sich um dieses uralte Ritual. Und schon bald werden die mit dem größten Ehrgeiz und Mut die Saga fortführen. Wirst du das sein? Besuche die Omen bei HP Arena und nimm dein Schicksal in die Hand. Auf der DreamHack Leipzig.